Heute möchte ich mal über ein etwas intimeres Thema sprechen. Es ist nichts Alltägliches und auch nichts, worüber man ausgiebig beim Arzt sprechen kann, weil der Arzt einfach für sowas keine Zeit hat. Und selbst im privaten Umfeld hat man vielleicht oft nicht die Möglichkeit oder kann sich nicht überwinden, darüber zu sprechen, dass man sich in seiner Haut, bedingt durch die Schuppenflechte, nicht wohlfühlt. Und das ist ein Thema, das betrifft, ich denke, die meisten Menschen mit Schuppenflechte, weil man will sich ja auch nicht von seiner verletzlichen Seite zeigen. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist auch, es gibt auch für einzelne Tage, da ist die Tagesform so gut, da bemerkt man die Schuppenflechte nicht. Es kommen keine Schübe, kein Juckreiz, man schläft nachts gut. Das Immunsystem ist quasi ein bisschen ruhig gestellt, worum auch immer. Und man hat dann nicht so das Bedürfnis, darüber zu sprechen. Nicht zuletzt deshalb, weil man vielleicht einfach so stark ausgelastet ist mit der Arbeit oder weil die Kinder einen einfach auf Trab halten und man hat gar nicht wirklich Zeit, darüber nachzudenken. Außer spätestens dann, wenn man irgendwie vielleicht nachts im Bett liegt und sich so ein bisschen mehr Gedanken macht. Und heute möchte ich ein Stück weit mehr über dieses Thema sprechen und warum es manchmal vielleicht gar nicht unbedingt notwendig ist, sich so sehr zu sorgen um seine Haut. Ich selbst war von einer Schuppenflechte betroffen und das kann ich heute rückblickend ein bisschen leichter sagen. Ich hoffe, dass dir dieser Content dabei hilft, das Ganze vielleicht auch von einer anderen Sichtweise zu betrachten. Und deswegen möchte ich einfach mal so in das Thema reinflowen und so ein bisschen einsteigen. Grundsätzlich sagt eine Schuppenflechte nichts über dich als Menschen aus. Das ist mal Punkt eins. Die Ursachen und die Gründe für den Ausbruch einer Schuppenflechte, die sind so vielfältig und da kann man nicht pauschal sagen, dass es an deiner Ernährung lag, dass es an der Darmflora lag, dass es an deinen Genen lag oder liegt oder weil es vielleicht ein einschlägiges Erlebnis gab in deinem Leben, das dazu geführt hat, dass du so viel seelischen Stress hattest, dass das ursächlich war. Es ist letzten Endes einfach eine Hauterscheinung und deine Haut scheidet permanent irgendetwas aus. Die Entzündung, die liegt halt irgendwo im Darm, die liegt irgendwo in den Genen. Dein Immunsystem ist so überfordert, dass es halt permanent einfach so die schlechten Gene in deinem Gencode, in deinem Zellkern, was auch immer, ausliest und es kommt halt permanent zur Ausschüttung von entzündungsfördernden Botenstoffen. Es gibt Studien, die zeigen, dass der Interleukin-17-Spiegel bei Menschen mit Schuppenflechte dauerhaft erhöht ist, genauso wie dauerhaft zu niedrige Cortisol-Spiegel. Also es gibt einfach ein Zusammenspiel aus der Stressreaktion im Körper und das ist das Zusammenspiel aus Hypothalamus, Hirnanhangdrüse und deiner Nebennierenrinde. Und deine Nebennierenrinde, die schüttet unter normalen Umständen, wenn wir quasi normal gesund sind, immer dann Stress aus, wenn wir uns einfach in stressigen Situationen befinden. Keine Ahnung, Leistungsdruck bei der Arbeit oder weil wir uns gerade mit jemandem streiten, weil wir in einer Kampf- oder Fluchtreaktion sind, was auch immer. Man kann diese auch künstlich anregen, diese Stressreaktion, indem man zum Beispiel sehr kalt duscht oder beim Sprinttraining. Also wenn du wirklich über 20, 30 Sekunden sehr heftig sprintest, auch dann löst du kurze Stressreaktionen in deinem Körper aus und dein Körper schüttet sogenannte Stresshormone einfach aus. Das bedeutet, allein durch die Tatsache, dass du Schuppenflechte hast, ist dieses Zusammenspiel aus Nebennierenrinde und deiner Hypophyse gestört. Dafür gibt es Studien, das ist nichts, was ich erfunden habe. Ich beschäftige mich einfach mit sowas. Also einfach ausgedrückt, dein Körper ist oder dein Immunsystem, das ist einfach aus dem Gleichgewicht geraten. Und du kannst dich deswegen nicht abstrafen, weil es ist so komplex im Körper und wir sehen das nur anhand der Haut. Eine Person von außen, die dich sieht, die weiß das alles nicht. Ein Mensch, der dich irgendwo, keine Ahnung, sieht in einer Diskothek oder weil du mit deinen Kindern am Spielplatz bist oder am Arbeitsplatz, der macht sich a, nicht die Mühe nachzufragen, was wirklich los ist, b, wird das kaum verstehen, wenn du das versuchst, ihm zu erklären, weil wir teilweise selber nicht erklären können, woher das eigentlich wirklich kommt. Und du tust dir auch nicht wirklich einen Gefallen beim Großteil der Menschen, mit denen du versuchst, in ein wirklich konstruktives Gespräch zu gehen, wo du sachlich erklärst, woher das kommt. Dafür sind diese kurzen Situationen, in denen mal jemand nachfragt, einfach nicht gemacht. Es kommt einfach sehr komisch rüber, wenn du irgendwo im Café bist oder irgendwo am Spielplatz oder im Wartezimmer oder sonst wo und jetzt großartig erklären kannst, woher die Schuppenflichte kommt. Weil der Moment, in dem du auch wirklich sehr sachlich und vielleicht auch korrekt erklären kannst, woher das kommen kann, spätestens da fragt man sich ja dann auch, okay, aber wenn du es weißt, warum änderst du nichts daran? Das sind so Gegenfragen, die dann typischerweise kommen oder diese unqualifizierten Ratschläge von Menschen, die selbst keine Schuppenflichte haben und auch gar nicht wissen, wie es sich anfühlt, Schuppenflichte zu haben, was es bedeutet, Schuppenflichte zu haben und wie du dich auch fühlst. Also du wirst mit diesen oberflächlichen, kurzen und unangenehmen Gesprächen nicht deiner eigenen Situation gerecht. Deswegen straf dich erst gar nicht damit ab und löst dich von dem Gedanken, dass du weniger wert bist durch deine Schuppenflichte. Also löst dich bitte davon. Du bist nach wie vor ein vollwertiger Mensch. Du hast halt einfach nur eine Krankheit und das ist der entscheidende Vorteil, die du nach außen trägst und wo du sofort weißt, dass etwas nicht in deinem Körper stimmt. Im Vergleich zu anderen Erkrankungen, die schlagartig ausbrechen und du liegst auf einmal von heute auf morgen flach, da ist die Schuppenflichte, wo du es halt an der Haut siehst, noch eher die, auch wenn es vielleicht ein bisschen komisch klingt, aber das ist dann noch die bessere Erkrankung, weil du sofort erkennst, etwas stimmt nicht. Und es gibt ja so etwas wie die Haut-Hirnachse zum Beispiel oder sowas, oder die Darm-Hirnachse oder die Darm-Hautachse. Und das bedeutet immer dann, wenn etwas auf deiner Haut nicht stimmt, in irgendeiner Form Ausschlag, Eczem, Rötungen und so weiter, dann weißt du, dass momentan in deinem Körper etwas nicht stimmt. Das heißt, deine Haut signalisiert dir, dass etwas nicht stimmt und das solltest du als sehr großen Vorteil sehen. Das ist sehr gut. Ein weiterer Punkt, den du verstehen musst, ist, ein Mensch, der dich für dein Aussehen kritisiert, hat oft ein Problem mit sich selbst, weil alles, was wir tun, alles, was du bist, alles, was du denkst, das ist immer ein Spiegelbild für jemand anderen. Und die Frage ist immer, ob dieses Spiegelbild, dass du einer anderen Person vorhältst, ob ihr das gefällt. Das bedeutet, du machst es ja unfreiwillig und das ist gleichzeitig eine Einladung für die Person, darüber nachzudenken, was sie da sieht und ob ihr das gefällt. Und Menschen, die dich verurteilen oder die dich ablehnen, die sich vor dir ekeln aufgrund einer Hauterkrankung, die du hast, die in irgendeiner Form von Natur gegeben ist und irgendeine Funktion vielleicht erfüllt, welche immer das auch sein mag, egal welche Kategorie du nimmst, egal ob aus medizinischer Sicht, aus psychologischer Sicht, aus spiritueller Sicht, es wird irgendeinen Grund haben, dass es Autoimmunerkrankungen wie die Schuppenflechte gibt. Nicht zuletzt deshalb vielleicht, weil es eine Prüfung ist für die Menschen um dich herum, wie sie auf dich reagieren. Ich persönlich sehe heute rückblickend die Schuppenflechte wie einen Segen, weil es hat automatisch die Leute aussortiert, denen ich anscheinend sowieso nicht wichtig war. Und die Leute, mit denen ich heute noch befreundet bin, die heute noch an mir Interesse haben, die waren mit mir befreundet und waren an mir interessiert als Mensch, bevor ich die Schuppenflechte hatte, während ich meine Schuppenflechte hatte und nachdem ich sie besiegt habe. Man soll ja nicht sagen, dass sie heilbar ist, das ist nicht der Punkt, nur ich habe einfach einen sehr guten Mechanismus entwickelt oder entdeckt, mit dem die Biologicals, also teure Schulmedizin gegen Schuppenflechte, bis heute sehr gut bei mir wirken. Und dadurch habe ich einen Aufwand alle acht Wochen und der ist 10, 15 Sekunden, weil es sind genau diese 10, 15 Sekunden, die ich brauche, um mir diesen Fertigpen zu injizieren mit diesen Antikörpern. Und das ist Stand heute die beste und effektivste, wenn auch nicht die günstigste Methode, um die Schuppenflechte unsichtbar zu machen. Darüber hinaus ist es dann natürlich wichtig, gesunde Lebensgewohnheiten an den Tag zu legen, gesunde Ernährung, viel Bewegung. Ich persönlich steuere sehr viel über Sport. Also ich mache so oft Sport wie möglich, um meine Leber wirklich sehr gut dabei zu unterstützen, besser zu entgiften, weil es gut ist für die Psyche, weil es gut ist, Fett abzubauen, Fett zu verbrennen, weil Fett einfach nur Entzündungen fördert. Für nichts anderes ist Fett da. Und die Leute, denen ich sehr nahe stehe, die mir sehr nahe stehen, für die spielt das keine Rolle, dass ich das habe. Im Gegenteil, die Leute, die sich wirklich für dich interessieren, die sehen deine Schuppenflechte nicht. Die fragen dich einfach, wie es dir geht. Und die haben ein aufrichtiges Interesse. Und die Leute, die das nicht haben, die Leute, die das komisch finden, die dich widerwärtig ansehen, die haben ein Problem mit sich selbst. Weil die sagen sich, boah, wenn ich das habe, wenn ich das hätte, das wäre nicht gut, dann würde ich mich so und so fühlen und überhaupt. Und die Tatsache, dass es Frauen gibt mit Schuppenflechte und die Tatsache, dass diese Frauen jahrelang mit ihren Partnern trotzdem zusammen sind, also mit Männern, und das zeigt mir, dass es da draußen auch Menschen gibt, die das gar nicht sehen, für die wirklich diese inneren Werte zählen. Und ich rede wirklich von inneren Werten, was deinen Charakter angeht, deine inneren Werte, deine innere Haltung, was du für diesen Menschen bedeutest. Und da muss man auch ein bisschen darauf zu sprechen kommen, dass Schönheit etwas sehr Individuelles ist. Das bedeutet, ein Mensch, der dich so liebt, wie du bist, und der miterlebt, dass du von heute auf morgen irgendwann so eine Hauterkrankung hast, der wird bei dir bleiben, wenn er dich liebt. Und ein Mensch, der dich verlässt, sobald du Schuppenflechte hast, der hat sich selbst entlarvt, als ein Mensch, dem es scheinbar wichtiger ist, was andere Leute denken, von ihm und von dir, als eure Beziehung, eure Partnerschaft. Also das sind, du zwingst quasi dich selbst und auch die Menschen um dich herum mit dieser Hauterkrankung zu einer Entscheidung. Die Frage ist, was für eine Entscheidung triffst du? Begibst du dich in diese Opferrolle? Oder kämpfst du jetzt erst recht und denkst mal ernsthaft darüber nach, was dir wirklich wichtig ist im Leben? Ich kann hier nur aus eigener Erfahrung sprechen. Durch die Schuppenflechte und die Erfahrungen, die ich gemacht habe in der Zeit, als meine Schuppenflechte immer schlechter geworden ist, dadurch habe ich erst richtig gelernt, was mir eigentlich wirklich wichtig ist im Leben. und so habe ich gelernt, Prioritäten im Leben zu setzen und meine eigenen Werte, meinen eigenen Wertekatalog zu entwickeln. Und das hätte ich ohne die Schuppenflechte vielleicht nie gehabt. Ich hätte mich vielleicht persönlich nie wirklich weiterentwickelt, weil ich war es immer gewohnt, das zu bekommen, was ich wollte. Als Jugendlicher bin ich immer auf Frauen zugegangen. Ich habe mich für nichts geschämt. Ich war sehr selbstbewusst. Ich behaupte heute noch, dass ich relativ selbstbewusst bin, aber heute sehe ich dieses Wort Selbstbewusstsein anders. Also ich bin mir darüber bewusst, was ich kann und was ich nicht kann, wo auch meine Grenzen sind. Und auch dieses Thema Ego, das hat früher bei mir viel kaputt gemacht in meinen jungen Jahren. Und ich glaube, dass das zu großen Teilen dazu geführt hat, dass meine Lebensgewohnheiten sich einfach so stark ins Negative verändert haben, dass die Schuppenflechte ausgebrochen ist. Weil ich nicht nur zum Sport bin, weil ich übermäßig Alkohol getrunken habe, weil ich mich in einer Identität gesehen habe, von der ich dachte, dass ich sie innehaben muss, nur um anderen Menschen zu gefallen. Als meine Schuppenflechte ausgebrochen ist, waren alle diese Menschen, die ich begeistern wollte, die ich von mir beeindrucken wollte, überzeugen wollte, die waren alle weg. Keiner von diesen Menschen hat mich wirklich gefragt, wie geht es dir wirklich? Wie kann ich dir helfen? Woher kommt das? Was hat das auf sich mit der Schuppenflechte? Was hast du denn alles probiert? Es kamen, wenn dann immer nur oberflächliche Ratschläge, die absolut keinen Sinn gemacht haben. Natürlich gibt es Menschen, die geben oberflächliche Ratschläge, meinst dabei gut, für eine Person, die aber seit Jahren Schuppenflechte hat und schon wirklich viel ausprobiert hat, so wie ich auch, ist das in dem Moment aber nur, das erzeugt nur Wut im Bauch oder man ist irgendwann so genervt einfach davon. Weil nur oberflächliche Ratschläge kommen und vieles wird auch so leichtfertig abgetan. Ach, das ist nur der Stress und das geht wieder rum. Du musst dich einfach vom Stress lösen. Du darfst die Sachen nicht so nah an dich ranlassen und so weiter. Ernähr dich mal basisch. Das sind alles Sachen, die helfen nicht, weil die Schuppenflechte wird im Laufe der Zeit immer schlechter. Auch wenn du dich extrem bemühst um die Ernährung. Es gibt Phasen, wo deine Schuppenflechte einfach schlechter wird, wo dein Immunsystem so stark belastet ist und fehlgeleitet ist, dass es permanent zu weiteren Schüben kommt. Und selbst wenn du dich gezielt ernährst, kann es sein, dass deine Darmflora einfach bedingt dadurch, dass sie sehr stark unausgeglichen ist, permanent weiter Entzündungen verursacht, obwohl du deinem Körper gesunde Lebensmittel gibst. Wenn nicht vielfältige Darmbakterien vorhanden sind, die das auch umwandeln können in wichtige gute Fettsäuren, Acetat, Propionat, Butyrat, was gut ist für das Immunsystem. Wenn die nicht vorhanden sind, dann gibt es einfach bestimmte Lebensmittelbestandsteile, die fangen an zu faulen und es werden sogenannte Leichengifte gebildet in deiner Darmflora. Und deine Fäulniskeime, also die bösen Bakterien, die nutzen das, um weiter zu wachsen und um weitere Schwierigkeiten, Gelenkschmerzen, Müdigkeit, Niedergeschlagenheit und so weiter, Leberprobleme, um das alles weiter anzuschieben. Das ist das, was du verstehen musst. Also straf dich da nicht ab und lass diese Menschen erst recht nicht an dich ran. Weil ein Mensch, der jemand anderen aufgrund seines Aussehens diffamiert und sich von ihm entfernt und so böse Kommentare von sich gibt, was man auch teilweise auf Social Media da so sieht, dass wir entwickeln uns ja in einer heutigen Zeit in eine derartige Unmenschlichkeit, dass man sich ja wirklich, dass man ja Angst haben muss und sich verstecken muss für eine Erkrankung, für die man vielleicht eigentlich nichts kann. Und das musst du dir einfach bewusst sein. Was ich dir in diesem Zusammenhang mit auf den Weg geben kann, ist, löse dich so schnell wie möglich von Menschen, bei denen du grundsätzlich ein schlechtes Bauchgefühl hast, wenn diese in deiner Nähe sind. Oder achte mal bewusst darauf, reflektier mal, wie es dir geht, nachdem du mit bestimmten Menschen Kontakt hattest. Wie fühlst du dich, nachdem du dich von einem Menschen verabschiedet hast und dann zu Hause bist oder sonst wo. Und mach das mal rigoros. Und die Menschen, bei denen du dich schlecht fühlst, Menschen, bei denen dir dein Bauchgefühl sagt, ah, der sollte ich vielleicht doch nicht so viel erzählen oder diese Person hört mir nie zu, die leitet Gespräche immer mit Fragen ein, nur um mich dann zu unterbrechen und dann selbst anzufangen, von etwas zu sprechen, ohne wirklich wissen zu wollen, wie es mir geht. Das sind Menschen, von denen du dich wirklich mit der Zeit lösen solltest oder du zumindest mit der Zeit den Kontakt drastisch reduzieren solltest. Weil allein, wenn du bestimmte Handynummern löscht aus deinem Smartphone, wenn du bestimmte Kontakte blockierst oder nicht mehr antwortest auf bestimmte Menschen, auf bestimmte Nachrichten und so weiter und du den Leuten indirekt, ohne es direkt zu sagen, das Gefühl gibst oder so die Signale gibst, hey, ich werde mich langsam von dir lösen, allein dadurch wird dein Stresspegel extrem sinken, weil der größte Stress oder Streit, Wut, Frust, Missverständnisse, die entstehen immer in Beziehungen zu anderen Menschen, weil einfach bestimmte Werte aufeinandertreffen und es oft nicht zu harmonischen Übereinstimmungen kommt. Es prallen halt oft Welten, Mentalitäten, Glaubensgrundsätze und so weiter aufeinander und weil wir Menschen soziale Wesen sind und Angst davor haben, teilweise alleine zu sein, wollen wir nicht diese Konfrontation oder unangenehme Gespräche, weil wir Schmerz vermeiden wollen und weil wir auch sehr einfach gestrickte Wesen sind im Kern und deswegen halten wir den Kontakt zu Menschen, die uns eigentlich nicht gut tun und das ist das, was ich dir mit auf den Weg geben kann, das ist das Erste und das Effektivste und das Kostengünstigste, was du jetzt im Moment machen kannst, um ganz schnell dein Stresslevel zu reduzieren. Ich glaube, solange du als ersten Schritt akzeptierst, dass du eine Hauterkrankung hast, die nicht einfach so verschwinden wird, mit der du aber sehr gut leben kannst und wirklich 100% erscheinungsfrei leben kannst, ich glaube, solange du das akzeptierst, also Selbstakzeptanz an den Tag legst, wirst du dich mental 50 Kilo leichter fühlen und du akzeptierst deinen neuen Abschnitt im Leben, dein neues Kapitel. Mir persönlich hat es sehr viel geholfen, mich als Mensch persönlich weiterzuentwickeln, als Vater von drei Söhnen einfach eine gute, wichtige Rolle einzunehmen und auch als hoffentlich gutes Vorbild voranzugehen. Meine Kinder wissen gar nicht, dass ich eine Autoimmunerkrankung habe und die haben auch nicht ansatzweise den Anschein, dass irgendetwas mit Papa nicht stimmt. Im Gegenteil, ich behaupte, dass ich fitter denn je bin und ich habe einen ganz anderen Antrieb, einen intrinsischen Antrieb und meine Kinder und meine Frau sind Grund genug, an meiner Gesundheit zu arbeiten und aufgrund allein der Tatsache, weil ich anderen Menschen mit Schuppenflechte helfen möchte. Das ist meine Lebensaufgabe, das ist mein Beruf, davon lebe ich, das möchte ich machen, davon bin ich überzeugt. Man soll niemals nie sagen, in fünf oder zehn Jahren kann das Leben immer anders aussehen, aber meine Tätigkeit als Trainer, als Coach für Schuppenflechte, das erfüllt mich so sehr, dass ich mir Stand heute bildlich sehr gut vorstellen kann, dass ich das auch noch in 20, 30 und 50 Jahren machen werde und das ist so mein Weg, den ich irgendwie gefunden habe und ich hoffe, dass ich dir heute ein Stück weit da so die Augen öffnen konnte und dir ein bisschen Kraft geben konnte, weil Schuppenflechte ist kein Pappenstil, es ist eine systemische Sache, man darf es trotzdem nicht unterschätzen, weil es einfach viele andere weitere gesundheitliche Risiken gibt, die damit einhergehen und schäm dich nicht dafür. Akzeptiere dich so wie du bist, das ist der allererste Schritt zur Besserung, das kann ich dir mit auf den Weg geben. nicht unterschätzen kann. Und das kann ich dir